So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unsere München-Dachau-Reise geht weiter. Im letzten Video habt ihr ja die Lambo-Turbos gesehen. Dann habe ich vor der Tür zufälliger Weise dieses Kfz gesehen. Und zwar, das ist von Chris und Philipp deren T6. Jetzt kommt das besondere. 2.0 TSI, Benziner, DSG, Multiband. Und der ist natürlich nicht Serie, sondern gemacht. Das heißt, wir haben hier von TTE ein TTE 450 Turbolader und ich glaube von Wagner ist noch ein Ladluftkühler drin. Mehr ist nicht gemacht. Downpipe, Auspuff, alles original. Nun das coole. Ich absoluter Bus-Fan. Hab da ja schon in den letzten Videos mitbekommen, dass wir ja eigentlich dauerhaft im Bus fahren. Und ja, nun musste ich einfach so ein Auto mal Probe fahren, um einfach beim nächsten Bus mich entscheiden zu können. Nehme ich einen Diesel oder vielleicht auch mal einen Benziner, um auch mal so ein Projektauto vielleicht zu haben. Weil es ist halt leider, ich habe den 2 Liter Diesel da drin. Das ist zwar cool, das ist geil, aber gerade wenn man Anhänger hinter hat, fehlt halt einfach die Leistung. Man darf nie vergessen, wir werden eh kein Beschleunigungsmonster hinbekommen, weil so ein Bus wiegt glaube ich 2,1 Tonnen und ist halt wie eine Schrankwand. Aber viele wissen glaube ich gar nicht, dass es die bis heute als Benziner gibt. Und somit konnte ich selber gar nicht fassen. Ich habe das Auto dasselbe erst einmal beim letzten Race 1000 gesehen, weil das war irgendwie an mir vorbeigegangen. Und da meinte Chris, ne ne, da steckt ein Lader von denen drauf. Und Ladeluftkühler. Auspuff wollten sie mit Absicht wegen Geräusch und so komplett original lassen. Und das ist jetzt auch der, ähm, der kastrierende Bereich. Weil halt original Daumenpipe, original Auspuff. Hat das Fahrzeug jetzt ungefähr 370 PS, 480 Newtonmeter. In so einem Bus. Das finde ich schon irgendwie, schon ordentlich. Ich selber habe noch gar nicht Gäste gegeben. Wir haben vorhin nur einmal so ganz kurz angeladen, sind jetzt aber gerade auf dem Weg nach Ingolstadt. Mehr können wir noch nicht sagen. Deswegen hat es sich auch genau gepasst, dass wir dieses Auto nehmen. Und ja, definitiv geile Sache. Weil wirklich Bolt-on. Heißt einmal Turbolader raus, Ladeluftkühler ran, Upgrade-Turbo drauf. Upgrade-Turbo passt eins zu eins. Also ihr müsst da nichts basteln, gar nichts. Wirklich einfach drauf und fertig. Ähm, noch kurz zu dem Motor. Dieses Auto, beziehungsweise der Motor, basiert auf den Golf 6 GTI-Motoren. Wobei, bevor ich jetzt etwas Falsches sage, ob der Motor ein Golf 6 GTI-Motor ist, weiß ich nicht. Aber der Turbolader. Der Turbolader ist wie ein Golf 6 GTI Turbolader. IHI Turbolader. Ähm, da besteht dann Abgasgehäuse und Krümmer aus einem Teil. Und die Jungs von TTE, dadurch dass sie eigene Turbinen fertigen, ähm, fertigen lassen. Ähm, haben in diesem IHI Turbo halt ein großes Laufzeug, sprich Turbine und Verdichterrad gemacht. Und ja, das Ganze in den Bus geflanscht. Keine Ahnung, wie mir das so in die Idee kommt. Aber ich find's eigentlich ganz cool. Weil es fehlte immer so ein bisschen, ja, wir fahren so viel mit dem Bus. Und ich sag mal so, ab 160 ist das halt wirklich ein toter Hund. Und da wär so ein bisschen mehr Punch, wär schon cool. Chris sagt, das Ding macht jetzt ungefähr 1,3 bar. Also da ist man noch richtig safe. Äh, wenn man da jetzt noch anfangen würde, Ansaugung, Druckrohr, ähm, Auspuffanlage zu machen, wär das schon nochmal eine andere Liga. Ja. Ich überlege gerade, wie wohl so ein Bus mit einer Auspuffanlage klingt. So, man kennt ja so dieses, wo sich im Internet alle drüber aufregen, wo das typische VW-DSG furzt, ne? Ja. Und das auf einmal so ein Bus macht, der von der Ampel wegfährt. Also ich glaube, wenn du in einer Cafeteria sitzt und du hörst den Bus dann, siehst den, aber guckst in die andere Richtung, weil du denkst, irgendwo muss der Sportwagen ja herkommen. Genau. So ungefähr, ne? Ähm, wir haben natürlich eine Driftbox dabei. Natürlich. Wir wollen eine 100-200 fahren. Klingt jetzt erstmal so normal, aber überhaupt erstmal mit dem Bus 200 zu fahren. Ist halt schon mal, ist halt schon mal eine Sache, ne? Ähm, wobei die Vmax von dem Bus hier wird garantiert mit 370 PS. Ich würde jetzt so aus dem Kopf heraus sagen, 240, vielleicht 250 müsste das Ding eigentlich laufen, ne? Richtig. Ja. Also man sagt immer, man sagt immer so als, als Faustformel, ähm, ähm, man braucht zum, zum 300 fahren mit einem Kombi, brauchte man immer so 450 PS so in dem Dreh. Ähm. Ähm, man hat das Ding hier 370. Ich denk mal schon. Mit 180 PS läuft so ein Ding ungefähr 190. Denk mal so 240. Krass. Mit der Schrankwand. Auch sehr interessanter Punkt für mich ist, wie sieht das in Sachen Verbrauch aus? Weil die 2.0 TFC, zum Beispiel die erste Generation davon, war jetzt ja nicht so sparsam. Jetzt muss man dazu sagen, mein 2.0 TDI ist auch nicht gerade der sparsamste, zumindest der Biturbo. Ich glaube, ich hab seitdem ich das Auto habe, einen Durchschnittsverbrauch von ungefähr, äh, 12 Liter. Denn wir sind natürlich auch viel mit Anhängern und so weiter unterwegs, ne? Deswegen. So, das Gute ist, er fährt schon mal wirklich wie original. Also man braucht hier nicht irgendwie selber schalten oder so. Das Ding fährt einfach so, äh, vor sich hin. Können wir mal. So, man hört halt wirklich gar nichts. Er macht auch akustisch, würde ich sagen, dass er dieses Knallen beim Schalten gar nicht macht. Kann aber jetzt auch einfach daran liegen, dass es einfach der, der originale, äh, die originale Downpipe, originaler Cut, originaler Auspuff ist, ne? Und jetzt kommt ja auch dazu, wir reden hier von einem Bus, äh, da ist ja schon recht viel Auspuff drunter, ne? So, aber komm, wir gucken mal, wie das Ding so fährt. So, wir starten mal bei 80, dritte Gang. Also man merkt auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Drehzahlmotor. Das war auch zu früh geschaltet. Boah, man merkt richtig, wie der jetzt oben rauskommt, ne? Krass. Ja, richtig, Alter. Das Ding fährt mal eben im vierten Gang 200. Also Leistung ist definitiv da. Akustisch denkt man, man sitzt im Serienauto, ne? Ja. Man hört wirklich gar nichts. 100, 200, ne 19, 1. So, ne? Werden jetzt viele sagen, Alter, ist das langsam, so, ne? Aber man darf nicht vergessen, normalerweise fährt so ein Ding schon mal gerade mal nur so 200. Und, ähm, ja, wir reden halt von einer Schrankwart, ne? Ja. So. Wobei es ist gar nicht so schlecht, guck mal, 370 PS ist ungefähr das, was die RS4 B7 haben, wenn die komplett, ähm, komplett zu sind. Wenn die komplett zu sind, haben die ungefähr 370 PS. Was wiegen die? Die wiegen 1600, 1700 Kilo, so in dem Dreh. Das ist natürlich aerodynamisch, weil bei 200 spielt Aerodynamik schon eine recht große Rolle. Ähm, ähm, und damit fährt man dann in so einem so ganz schlecht laufenden B7, wenn er da zwei Leute reinsetzt, wird so ein Ding 15 Sekunden machen. Okay. So in dem Dreh, ne? Also, das ist 19 ja gar nicht so schlecht. Genau. Ich wollte auch gerade sagen, 19 ist schon, klingt jetzt erstmal, klingt erstmal, äh, langsam, aber man ist immerhin schon auf, ja, ich weiß es jetzt leider nicht, ähm, ich weiß leider nicht, was ein Golf, was als Beispiel ein aktueller Golf 7 GTI fährt. Ich blende das mal ein jetzt. Genau. Das wäre mal so interessant, wäre mal da eine Referenz wert, ähm, was sowas fährt, weil ich glaube auch nicht, dass es viel, 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 viel schneller ist. So, ne? Meinst du? Ja, also schon schneller als 19 Sekunden, aber der fährt nicht jetzt, äh, 10 oder 12 Sekunden. Ne, das stimmt. Das definitiv nicht. So, Air Golf, was anderes, aber, äh, GTI, glaub ich nicht. Witzig, man hört halt wirklich gar nichts, ne? Er macht schon so ein ganz leichtes Blasgeräusch, daran hört man halt definitiv den erhöhten Blasdruck, dass er schon anfängt, so ein bisschen pfff. So, und ich glaube auch, man hört, dass sowohl die Ansaugung noch eine Drossel ist, der fängt richtig an zu saugen und immer ein Tipp, sobald man Strömungsgeräusche hört, ist es immer negativ. Viele wollen ja so Geräusche haben, aber das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es in der Ansaugung oder im Auspuff immer irgendwie eine Art Drossel gibt, die einfach die Strömungsgeschwindigkeit erhöht. Und so hört man es bei dem Auto definitiv auch mit der Auspuffanlage. Mal gucken, ob das rüberkam, man hört richtig, wie die schon, wie die schon anfängt zu stopfen und wirklich am Limit läuft, ne? Also ich glaube, wenn man hier noch Ansaugung, Downpipe macht, äh, kommen da, glaub ich, ratzratz noch mal ein paar, ein paar Pesen. Ja? Denke schon. Getriebemäßig ist hier ja ein DQ500 drin, das heißt, mit dem Getriebe bist du safe, das wirst du so schnell nicht drücken. Ja. Die kriegst du so schnell nicht kaputt. Wobei, das ist jetzt ja hier ein ganz neuer T6, mag sein, dass die da schon wieder irgendwas anders eingebaut haben, bei T5 war auf jeden Fall noch DQ500 drin, deswegen glaube ich, das ist auch so geblieben. Die waren, die sind gut. Aber vom Schaltverhalten, finde ich, schaltet der hier besser als deiner? Ähm, das ist immer so, meine persönliche Meinung ist, so bei Wird ein Auto mehr Leistung kriegt und du spürbarer den nächsten Gang merkst, ist der Schaltwechsel gleich anders. Okay. Weißt du, hier ist ja richtig Last hinter, ist dem beschleunigt ja richtig und wenn dann der Gang kommt, ne? Plus, äh, 13.000 Kilometer zu 213.000 Kilometer. Ja, gut. Das darf man auch immer nicht unterschätzen, ne? Wir können ja mal Folgendes machen. Wir können ja auch mal so ein bisschen durchzugucken, wie das Ding so aus dem Keller fährt. Um mal so ein bisschen zu zeigen, wie so ein Ding so fährt. Wir nehmen jetzt mal den vierten Gang, der geht bis 200 und treten hier einfach mal bei 2.000 Umdrehungen rein. Und dann merkt man schon, oh ja, warte, wofür er fängt? Ich darf natürlich keinen Kickdown machen, sonst wird das nichts. So, jetzt stehe ich Vollgas drauf. Und jetzt bei zweieinhalb fängt der andere richtig nach vorne zu gehen. So ein leichtes Abzischen hört man auch schon. Hört sich aber gut an. Also ich glaube, wenn man jetzt hier noch einen Auspuff drunter machen würde, kommt da auf jeden Fall eine extrem witzige Klangcharakteristik bei. Ja. Na ja, da kommt man natürlich echt wieder ins Grübeln. Aber ich befürchte, wenn ich sowas fahren würde, da komme ich doch wieder nur auf die Idee Blödsinn zu machen. Das ist so das Schöne an dem 2 Liter Biturbo, den lässt man einfach in Ruhe, den lässt man einfach laufen, den fährt man einfach. Na, da hast du bis heute auch nichts dran gemacht, ne? Er ist voll stock. Der ganze Bus. Weder tiefer noch irgendwas, weil wie gesagt, wir fahren da wirklich zehntausende Kilometer mit dem Jahr und es ist einfach nur ein Auto, um von A bis B zu kommen. Es ist halt ein Nutzfahrzeug und der Nutzen ist wirklich brutal hoch. Also das, was wir so mit dem Bus machen, das ist schon cool. Aber die Kombination ist wiederum auch, natürlich vermisst man, wenn man viel, viele von euch kennen das bestimmt, man hat zu Hause einen Renner und man hat ein Alltagsauto. Natürlich ist man nur mit dem Alltagsauto unterwegs und immer wenn man den Renner gerne hätte, hat man aber nicht. So, ne? und so glaube ich schon, dass man da vielleicht einen Kompromiss hinkriegen könnte. Ja, du bist halt ein bisschen schneller, wenn du möchtest. Du kannst aber trotzdem noch deine ganzen Sachen transportieren. Genau. So. Ob man jetzt mit so einem Bus mit 2,50 dann über die Autobahn fliegen muss. Das ist eine andere Sache. Aber theoretisch wäre der sogar von der Übersetzung her sehe ich lang genug, dass er weit über 300 fährt. Ok. Woran hast du das jetzt gesehen? Weil wir fahren jetzt im siebten Gang 90 kmh bei 1500 Umdrehungen. So. Die Übersetzung ist immer linear. Das heißt, wenn ihr 90 bei 1500 Umdrehungen fahrt, fahrt ihr 180 bei 3000 Umdrehungen. Das heißt, bei 6000 Umdrehungen fährt man schon 360 kmh. Ah, ok. So. Das Auto dreht aber knapp 7 oder so. Also der siebte von dem, der siebte von dem DQ500 ist immer so krass lang. Das würde auf jeden Fall reichen. Da würde aber die Leistung fehlen. Um mit so einem Bus 300 zu fahren, würde ich jetzt grob sagen, kann sich bestimmt einer von euch ausrechnen, 550, 600 PS würde ich so tippen, würde man brauchen, um echte GPS mit so einem Bus zu fahren. Und das ist dann schon wieder eine Liga für den 2 Liter TSI Motor, da geht es ins Eingemachte. Das ist dann mal nicht so eben... So eben... Klack im Dreh mal eben kurz den Motor draufstecken. Genau. Aber sonst so eigentlich, wenn man überlegt, klar, ist natürlich kein Rennwagen, ne. Aber 370 PS ist natürlich auch schon Leistung, ne. Ja. Ist mehr als ich im Golf habe. Genau. Und einfach nur einen Lader und einen Ladeluftkühler draufstecken, ne. Der Ladeluftkühler wäre theoretisch sogar bei dem Wetter jetzt gerade noch nicht mehr notwendig. Das ist natürlich dann was für den Winter, äh, äh, für den Sommer. Wenn es richtig heiß ist, da macht es sich natürlich dann der Laufglöcken merkbar. Er wird jetzt beim kalten auch einen Vorteil haben, weil weniger Druckverlust und so weiter. Aber, ich sag mal, nur Lader draufstecken würde in Zabels Versuch auch gehen, ne. Wie läuft das mit diesem Upgrade Turbolader? Du schickst deinen alten hin und die machen daraus was? Gibt es verschiedene Versionen. Ähm, also bei manchen Ladern geht es leider nicht mit dem alten. Dann bietet TTE da einfach nur einen Neulader an, der auch umgebaut wird. Okay. Ähm, bei sowas allerdings ist es auch ohne Probleme möglich, den alten einfach hinzuschicken. Da muss dann... Na gut, wenn wir jetzt vom T6 sprechen, ist er ja auch noch nicht alt. Genau, ja. Aber selbst, vielleicht gibt es ja welche, die schon 100.000 runter haben, wie auch immer. Da muss natürlich dann im Einzelfall immer geguckt werden, ähm, inwieweit der beschädigt ist, nicht beschädigt und so weiter. Prinzipiell ist aber fast egal. Solange das Ding nicht Kernschrott und Kernschmelze ist, kann das zum Beispiel auch einer sein, der schon ein bisschen Öl verbraucht oder so. Und dann kriegst du einfach einen neuwertigen Turbo zurück, ne. Sehr einfach. So. Jetzt können wir hier mal Sportmodus machen. Baustelle vorbei. Jetzt geht es hier gleich so ein bisschen bergauf. Da kann man vielleicht auch mal ein bisschen noch mehr zeigen, wie Power das Ding ja noch hat. Also was ich auf jeden Fall richtig cool finde, also was heißt cool, es ist eigentlich kein gutes Zeichen, aber es ist auch ein Zeichen für Leistung, ist wie der schon in diesen Auspuff rein faucht, ne. Ja. Es ist ja wirklich so, als wenn du da, ja, als wenn du durch einen Strohhalm irgendwie durchpustest, so, ne. Ja, ich hoffe die Kamera kann das so einfangen, also. So. Und was auch schon mal ein gutes Zeichen ist, dass du mit der Kamera einmal nach hinten wuppst, wenn ich Gas gebe, ne. Das ist ja auch immer schon mal ein Zeichen dafür, dass immerhin schon mal ein bisschen, ein bisschen Mumps da ist, ne. Aber es ist definitiv ein bezahlbares Tuning, weil nur Turbo kaufen, 350 PS machen, 370 Software machen, wird eh den ein oder anderen geben, der sofort wieder Ansaugung, Downpipe und so weiter drauf steckt. Äh, so wie ich vielleicht. Und, äh, dann geht's los. Aber pass auf, jetzt können wir ja noch ein paar Gänge durchschalten. Jetzt ist nämlich endlich begrenzt. So, jetzt geht's. Ja, jetzt hat er, jetzt hast du gesehen, jetzt habe ich ihn im Sportmodus gefahren, da hat er bei knapp unter 200 im fünften geschaltet und das fahren immerhin noch eine 19.0. Also ich sag mal, wenn wir jetzt noch ein bisschen dran üben und so, wird das Ding glaube ich schon im Bereich 18 Sekunden fahren. Ja. Ich fühle es witzig. Das macht übel Spaß, das hätte ich nicht gedacht. Gerade so aus 100 raus wuckt das so richtig an. Bin echt mal gespannt, vielleicht haben wir ja die Möglichkeit gleich nochmal eine 0.100 oder so anzutesten. Was schätzt du? Kann ich 0 einschätzen bei so einem schweren. Ist leider ein Frontantrieb. Ich persönlich würde ihn auf jeden Fall als Allrad nehmen, gerade wegen Anhänger und so. Ich könnte mir vorstellen, dass der so viel Power hat, dass der einfach nur durchdreht. Weißt du, weil du ziehst jetzt ja zwei Tonnen aus dem Start los, aber selbst dann würde ich sagen 6,5 Sekunden, 7? Ja, ich würde eher 8,5 Sekunden sagen. So in dem Dreh. Man hört sogar das Fauchen hinten im Auspuff. Ja. Bis 2,20 zieht er auf jeden Fall locker durch. Und jetzt merkt man, dass jetzt halt mit Widerstand kommt. Und das ist ein bisschen Träger. Aber macht echt Spaß. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir so ein Auto haben. Ne, cool. Fährt auf jeden Fall sehr schön. Ruckelt nix, gar nix. Das passt. Und ich glaube, so vom Gefühl her, passt das auch. Guck mal, wir hatten jetzt 2,25. Ich guck mal, was die Driftbox sagt. 2,24,4. Ja, die nächsten 15 kmh wird er definitiv noch schaffen. Aber das wird dann schon, das ist dann schon, da ist schon ein bisschen Last für notwendig. Aber Gesamteindruck ist echt gut. Ja. Fährt sich sauber. Ich musste mich beim Reinsetzen ehrlich gesagt erst mal an dieses Armaturenbrett und so gewöhnen. Aber jetzt, wenn man eine halbe Stunde mit unterwegs ist, ist es halt doch schon deutlich neumoderner, eleganter und so. Es fühlt sich also entweder sind die Sitze breiter oder weiter in den Innenraum. Aber es fühlt sich so an, als wenn wir näher zusammensitzen. Oder wir sind beide breiter geworden. Oder so, ja. Ne, war auch das erste. Ich vermute mal einfach, dass sie weiter in den Innenraum gekommen sind. Auch, weißt du, das Lenkrad sitzt relativ weit, relativ weit rechts und so. Finde ich zumindest. Boah, das ist jetzt vierte Gang. Also ist schon echt nicht schlecht. Für den vierte Gang, wie das so ausdreht. Merk hoch. Jetzt fehlt halt nur noch so, dass man so runterschalten könnte mit Knallen, Päffpumpen, Päcken und so weiter. Ja, da bin ich persönlich zum Beispiel nicht so der Freund von diesem DSG-Brabbel. Ja. Aber ich fände es persönlich auch nicht. Ich fände es nur beim Bus vorbei. Okay, weil du es nicht erwarten würdest, ja. So, wir haben mal kurz eine 0-100 angetestet. 7-0. 7-0, krass. 7-0 und wir haben von 0 bis, von 0 bis 60, würde ich jetzt mal sagen, ja 60 nicht, aber von 0 bis 30 haben wir garantiert eine Sekunde verloren. Weil das Ding hat nämlich hier keine Launch Control oder so. Also, ich habe es zumindest jetzt nicht getestet. Was genau ist diese Launch Control eigentlich? Was macht die? Die Launch Control hat ursprünglich kommt die woanders her. Also, man muss, wie soll ich das erklären? Also, als Beispiel, ein Motor hat, sagen wir, ein nutzbares Drehzahlband von 3 bis 6.000. So, das heißt jetzt mal sinngemäß, ich hatte ja vorhin gesagt, die Übersetzung ist linear, dass man den ersten Gang meinetwegen jetzt von 0 bis 60 kmh fahren kann. Ja. Das heißt, nur von 30 bis 60 hast du theoretisch nutzbare Leistung. Ach so, okay. Das heißt, diesen Moment aus dem Stand von 0 bis 30 musst du irgendwie mit Schlupf überwinden. Das heißt, entweder mit Schlupf an den Hinterrädern oder mit Schlupf in der Kupplung. Weil du halt einfach erst bei 30 kmh von der Übersetzung wieder 1 zu 1 sein darfst. Also, von Motor zu angetriebenen Rädern, weil da drunter der Motor leistungsmäßig einbrechen würde. So, und da, früher hat man das mit dem Fuß gemacht, hat man einfach so ein bisschen Gasstöße und ein bisschen Kupplung fallen lassen. Aber nicht nur fallen lassen, sondern dazu ein bisschen schleifen lassen, dass man so bis 30 ein bisschen mit der Kupplung gespielt hat. Da das natürlich ein bisschen was mit Können in dem Moment zu tun hat, hat sich halt irgendwann mal einer überlegt, er macht eine sogenannte Launch Control. Das heißt, der übernimmt das für dich. Der übernimmt das für dich und fährt eine Drehzahl an, die zum Starten gut ist und spielt dann mit der Kupplung so lange, bis du diese kmh erreicht hast. Dann geht Kupplung zu und in dem Moment dreht das Auto nur raus. Krass, was du alles so weißt. Das ist Stufe 1. Stufe 2 ist, dass man bei der Launch Control, kommt aufs Auto drauf an, zusätzlich durch entweder einen veränderten Zündwinkel oder durch einen künstlichen Drehzahlbegrenzer. Das ist immer dieses Brabbel, wenn er dann so bei 3000 Drehungen so ein bisschen brabbelt, fängt man an schon, den Turbolader anzutreiben. Weil wenn du so beim Leerlauf nur Gaststöße gibst, macht der Turbolader ein gar nichts, da reicht einfach gar nicht die Last und das Abgasvolumen für. Wenn du ihn aber künstlich gegen eine Last fährst und dann auch noch den Zündzeitsprung Richtung Spätschiebst, das heißt, er verbrennt mehr in den Krümmer, kannst du auch schon im Leerlauf anfangen, einen Druck aufzubauen. Und mit diesem Druck verschiebt sich dein Drehzahlband nochmal nach unten. Weil für unser Beispiel eben gerade erst bei 3000 Umdrehungen hat das Auto sagen, bei Leistung. Wenn er aber ab Stand schon Lagerdruck hat, was er vorher nicht erreichen würde, hat das Ding auf einmal auch schon bei 2000 richtig Drehungen mit. Ja, stimmt. So, das ist eigentlich der Sinn und Zweck einer der Lagerdrucke. Wieder was dazu gelernt. Die Amis bieten es ja sogar beim Schalter auch an. Es gibt viele Ami-Autos, die haben das sogar beim Schalter dann. Okay. Was da natürlich relativ wenig Sinn macht. So, ne? Aber 7-0. Und man hat ja auch richtig gemerkt, wie er, oder man sieht es auch an der Zeit. Wir haben von 0 bis 60 eine 3,9 und somit von 60 bis 100 7,0. Das heißt, da passt auch genau das Verhältnis, dass er a relativ gut an der Traktionsgrenze fahren wird und somit die gleiche Beschleunigung hat. Und zusätzlich hat er ja aber definitiv von 0 bis 20, das wird man im Video gut sehen, so ein richtiges Loch. Also ein bisschen üben, ein bisschen gucken, machen, tun. Würde man da auf jeden Fall eine 6 fahren, also eine flache, eine flache 6, wenn nicht sogar in 5-Sekunden-Bereich. Meinst du? Ja. Wir hatten jetzt auch ESP und so alles an, weil man kann es irgendwie auch gar nicht ausmachen. Weißt du, da war noch alles an. Ja. Und der wird ja dann in dem Moment schon regelt. Ist natürlich auch manchmal gut, weil das ESP einfach auch gut regelt. Aber. Und er nimmt ja dann auch Leistung weg, wenn das ESP regelt. Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so tief drin. Es gibt verschiedenste Wege, wie ein ESP regeln kann. So, einfachste und effektivste Variante ist einfach Drosselklappe zu. Bei Autos mit E-Gas, wo Gaspedal nicht mit Drosselklappe über den Seilzug verbunden ist, sondern es ist einfach nur ein elektronisches Signal ist, Drive-by-Wire nennt sich das, kannst du perfekt vom Motorsteuergerät aus deiner Drosselklappe steuern. Das heißt, dreh durch, puff, Drosselklappe zufällig. So, beim Turbo ist allerdings das Problem, dass du in dem Moment natürlich auch den Turbolader drosselst. Der muss dann wieder neu Druck aufbauen und das Ganze wird ziemlich träge. Deswegen gibt es da auch Versionen, die es über Zündung und über Kraftstoff machen. Das ist so. Da geht alles. Ja, ich würde sagen, das war doch jetzt in Summe wieder ein ergiebiges Video. Haben tatsächlich, dank Renees Fragen, mal wieder ein bisschen Technik erklärt hier. Rene wird jetzt erst mal Launch Control testen die nächsten Tage. Und ja, ich bin begeistert. Chris und Philipp fährt geil, nehme ich. Legt schon mal einen Lader für mich parat. Fährt definitiv cool, kann man machen. Ein Thema Verbrauch, da können wir noch einmal kurz gucken, was er hier so sagt. 6,3. Nein, Spaß. 14 Liter. Das ist okay. Also klar, wir sind jetzt zwischenzeitlich auch mal ein bisschen langsamer gefahren. Aber das passt, hätte ich ehrlich gesagt mehr gedacht. Weil wir haben schon ein paar Mal wirklich durchgezogen bis zu 320. Ja, soviel dazu. Coole Sache. Bus 2.0 TSI. Coole Kombination in Kombination mit dem TTE 450 Lader. Wenn ihr mehr zum Lader wissen wollt, geht einfach auf die The Turbo Engineers Homepage. Da werdet ihr bestimmt was finden. Und wir verabschieden uns jetzt und sehen uns im nächsten Video. Weil wir müssen jetzt erst mal kurz in Ingolstadt ein paar Sachen besprechen. Ciao. So, ich musste unbedingt einmal unter die Haube gucken. Und wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Sieht wirklich komplett aus wie Original. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.